Unsere heutige Tour ist der Brümmtaler Wanderweg. Er gehört zu dem Naturpark Deulux. Es geht durch das schöne Brümmtal und in den Höhenlagen kommt man zu sehr schönen Aussichtspunkten. Musik 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 Nach 2 Stunden und 9 Kilometern ist unsere Tour zu Ende. Wir können den Brümmtalweg nur wärmstens empfehlen. Also wenn Sie das nächste Mal in die Eile kommen, besuchen Sie diesen schönen Wanderweg. Musik 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 Musik